Krono, du gehst jetzt nicht. Ich hätte jetzt durch die Kamera gelaufen. Bist du. Weihnachten, Weihnachten. Männlein! Mit den Männern, bitte! Mit den Männern, bitte! Mit den Töhlmenschen! So, fangen Sie mit den Stammen an. Das sind nur die Sieger, bitte Zeit. Zweite Wahlzeit gemacht, die Startplatz Nummer 2, Ruben, Norddeutsch, Wiener. Wuhu! Und erster Platz, und da haben Sie die Sieger der ländlichen Teilnehmer bei der 2. regionalen Freundschaft, Düsseldorf, ist der Startplatz Nummer 3, Master 8. Wuhu! Wuhu! Applaus Und der erste Platz bei den weiblichen Teilnehmern hat gemacht, die Startnummer 1. Wuhu! 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 wertlos! Wuhu! Wuhu! Wuhuuu! Wuhu! 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 stagnante! Wuhu! So, das sind jetzt die hier TeilnehmerInnen des Endfinale... Teilnehmer? Keine Frau, Entschuldigung, wir sind so ganz nervös. Dann sieht sie, steht es am 14.10. Frankfurt am Main beim Finale. Ich weiß nicht, was nächste Woche kommt, was diese Woche kommt. Das wird kostenlos. Für eine andere Teilnehmerin ein herzliches Dank, ihr solltet alles verloren. Es sind ja auch einige Termine noch offen, wenn ihr Lust und Laune habt, ihr könnt euch dann auch mal einsteigen. Wenn ihr wollt, an die restlichen Textveranstaltungen. Ansonsten nochmal ein herzliches Dankeschön an alle. Und ja, heute ist ja noch Nana Day. Vielleicht sieht man sich mal noch im Nana Day. Boah, ha, 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 ha. Und bis zum nächsten Mal.